Die Stadt Döbeln erhält zur Umsetzung ihres Konzeptes der neue Bürgergarten Döbeln, Tradition und Moderne, bewährtes Bewahren, Neues Entwickeln, eine Bundesförderung in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Darüber informierte die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann, nachdem der Deutsche Bundestag eine entsprechende Projektliste beschlossen hatte. Für insgesamt 2,99 Millionen Euro soll der Bürgergarten zur klimafreundlichen Park- und Gartenanlage bis zum Jahre 2023 entwickelt werden. Durch den Tourismusverband Sächsisches Burgen und Heideland wurde der Bürgergarten neben der Parkanlage Klostergärten und dem Schlosspark in Koren in ein überregionales Gartennetzwerk aufgenommen, heißt es weiter. Die Stadt Döbeln hatte bereits Anfang 2020 eine Bürgerbefragung zur Neukonzeption des Bürgergartens durchgeführt.